Ich bin Wirtschaftsförderer der Stadt Hannemün und freue mich sehr, dass unsere Stadt durch den Krimi einmal völlig neu repräsentiert wird. Ich habe Regisseur Jakob Giesig und seine Filmcrew als total engagiert und motiviert kennengelernt und helfe deswegen gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten hier bei der Stadtverwaltung. Wir alle können mit dem Krimi aus Hannemün etwas Neues bewegen, also seid auch ihr dabei und unterstützt dieses tolle Projekt. Untertitelung des ZDF, 2020